moin leute was knapp ich wieder zurück Elias leute heute ist auf jeden fall mal wieder ein video und was habe ich hier ein paket ihr wisst wahrscheinlich von wem also aus auf jeden fall von levin ray levin danke nochmal an dieses kleine paket ich würde mal sagen ich mache das langsam auf auf jeden fall so geil ich habe es in seiner instagram story gesehen und da habe ich das auf meinem tisch gesehen und dann habe ich gedacht oh mein gott ist ja die switch leute also auf jeden fall levin ray dank an die switch macht jetzt mal auf oh mein gott oh mein gott hier sieht man schon die switch nein ist hier noch irgendwas anderes außer die switch leute so geil gell oh leute einfach zwei autogrammkarten hier ist die erste anders krass leute so geil danke nochmal levin ray du bist der beste und halt hier die zweite oh mein gott also leute hier die nintendo switch ist hier oh mein gott oh mein gott oh jetzt hier haben wir die switch ich würde sagen ich mach das mal auf und dann zeige ich euch die teile was da alles trinken gibt und alles also leute hier oh mein gott yo also leute ihr seht alles neu verpackt und ja oh mein gott leute oh mein gott ist anders krass ich muss ich muss erst mal hier auf die kabel und die choice geht es einfach oh mein gott und die switch ist da ist da ist da auch was anderes also leute hier wahrscheinlich also immer die kabel und sonst eigentlich nichts noch mehr dank an die wien ray du bist einfach der beste die switch leute oh mein gott weil alle sind wie ihr seht alles ist noch offen und alles also noch neu verpackt man sieht es auf jeden fall hier also leute danke nochmal levin ray ich musste so oft sagen die autogrammkarte einfach so ein ehrenmann also leute tut auf jeden fall liken und kostenlos abonnieren bis zum nächsten mal haut rein und ciao abonieren bis zum nächsten mal